Heute zeige ich euch, wie ihr den Anzeigebereich von eurer PlayStation 5 an die jeweilige Bildschirmgröße anpassen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir gehen dazu als erstes oben rechts auf Einstellung. Wenn wir in den Einstellungen sind, scrollen wir ein Stück runter bis auf Bildschirm und Video. Gehen dann auf Bildschirm, Anzeigenbereich anpassen und hier könnt ihr jetzt mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten den Bildschirmbereich entsprechend anpassen, sodass der komplette Bildschirm ausgefüllt ist. Bestätigt das Ganze mit OK und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.